yo yo hallo bei hiphop.de mein name ist colin farrell wir haben die special guests aus blockbusters hier überraschungsgäster am start rick james von kranenstein mein name ist toxik oder ist voll süß oder was du willst du wollen nur mit damals habe ich mich noch so gut mit ihm verstanden und jetzt wo es läuft damals entspannt muss doch auch sein aber nein bei uns du kommst ohne pampers auf die welt ohne penaten und so mit sand weißt du krass sachen jetzt also das ist das ist schon hoch runter links rechts und geil sein zunge gell seine zunge geil und kopf jetzt werden jetzt gemischt ja ja aha also sonst noch was dazu sagen lass doch dünn essen gehen vorher lass bisschen chillen der kann warten egal und sonst habt ihr jetzt noch was heißt es anzukündigen alles verneinen als als dementieren also hat die tür geöffnet und die müssen es jetzt gehen aber die tür korrekt die müssen selber laufen macht nicht jeder am ende des tages mit handylicht mit handylicht mit aliens und mit aussagen und mit reptiloiden mit reptiloiden ist das stichwort bös die infrastruktur steht und jetzt wie gesagt die raketen werden gestartet verstehst du ist einfach da brüder verstehst du achi ok aber trotzdem war es schön euch zu treffen mit ecofresh first mc master aiaiai straßen cocktail 385 ideal präsentiert gibt euch bös